Ich bin seit über acht Jahren Hochzeitsfotograf und das, was uns am Wochenende auf der Hochzeit von Yannick und Christine passiert ist, habe ich so selber noch nie erlebt. Und das Gute dabei ist, wir haben das Ganze auch noch im Film festgehalten, was uns da passiert ist. Ihr seht hier das Foto, warum liegt der Schleier oben auf dem Hoteldach und warum steht die Braut ein Stockwerk tiefer. Darum geht's in diesem Video, also bleibt dran und viel Spaß. Die besten Hochzeitsfotos entstehen eigentlich immer dann und in den Situationen, die nicht geplant sind und die so auch gar nicht passieren sollten. Wir waren am letzten Wochenende mit Yannick und Christine unterwegs auf deren Hochzeit und freien Trauungen. Wir sind gestartet bei den Vorbereitungen und hier im Hotel in Münster haben wir Christine mit ihren Trauzeugen begleitet, wie sie ihr Hochzeitskleid anzieht und wie die Mädels zusammen mit ihr anstoßen. Und wir wollten ganz gerne als Abschlussfoto, bevor wir zur freien Trauung fahren, eine Videosequenz haben für unseren Highlight-Film, damit wir die Mädels nochmal schön anstoßend auf dem Macon haben. Wir setzen auch viel Drohnen ein und hier seht ihr gerade, wie wir das Ganze mit der Drohne einrichten und die Perspektive einrichten, damit wir ein schönes Abschlussfoto haben und ich mit der Drohne langsam zurückfliegen kann, um dann überzugehen in die freie Trauung. Und es war etwas windiger und was dann passiert ist, habe ich so noch nicht erlebt. Ihr seht es selber, der Schleier fliegt weg und er fliegt nicht irgendwo hin, er fliegt einfach ein Stockwerk höher auf das Dach des Hotels. Abends hat mir die Braut noch erzählt, dass die Trauzeugen das Ganze gar nicht wirklich mitbekommen haben, dass es so schnell ging und die Trauzeugen eigentlich damit bestäftigt waren anzustoßen, dass nur Christine selber bemerkt hat, dass der Schleier plötzlich weggeflogen ist. Ja, und jetzt liegt der Schleier oben auf dem Hoteldach. Die Braut war erstmal schockiert und wir standen unten, haben das Ganze gefilmt oder haben beziehungsweise die Drohne von unten gesteuert. Und jetzt war natürlich die Frage, wie kommen wir an den Schleier ran? Über die Drohne, ihr seht es selber, hatten wir einen sehr, sehr guten Blick darauf, wo der Schleier sich gerade befindet. Das Ganze haben wir dann per Zurufen zur Braut und zu den Brautjungfern gerufen, dass der Schleier eigentlich immer noch an einer Position liegt. Daraufhin hat die Braut kurz an der Rezeption angerufen und die sind auch aus allen Wolken gefallen. Wir hatten so einen Anruf auch noch nicht, dass der Schleier auf dem Hoteldach sich befindet. Und ja, daraufhin ist der Hausmeister relativ schnell, das Ganze 6-7 Minuten gedauert, aufs Dach gespurtet und ihr seht hier auch schon, hier befreit er den Schleier von den Rohren auf dem Hoteldach. Und selbst der Hausmeister jubelt hier. Das Ganze hat zum Glück ein glückliches Ende genommen und auch obwohl die Braut kurz schockiert war, konnte die Hochzeit weiter so stattfinden. Die freie Trauung auf Gut Havichor aus dem Münster konnte auch so stattfinden, mit dem Schleier natürlich. Und die Geschichte hat natürlich für viele Lacher während des ganzen Hochzeitstages gesorgt. Und das zeigt mir einfach mal wieder, wie toll es ist, Momente festzuhalten, die so gar nicht geplant waren, die so auch gar nicht passieren sollten. Und besonders solche Momente machen so eine Hochzeitsreportage so besonders. Und ich denke, da erinnert sich das Brautpaar noch ein Jahrzehnt dran. Von daher sind wir froh, dass wir das Ganze im richtigen Moment mit unserer Drohne festhalten konnten und wir euch jetzt mal einen Augenblick geben konnten in diese kleine Geschichte, was wir ab und zu in unserem Alltag so erleben. Demnächst folgen wir noch ein paar weitere Videos zum Thema Hochzeiten. Deswegen abonniert am besten unseren Kanal und klickt den Gefällt mir Button bei unserem Video. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen und bis demnächst.